Ich hatte kurz Angst, dass die Tür auch neu lädt. Ich muss hier nicht rüber. Ja, weil es auch ich hier... Ich bin es nicht gewohnt, dass es... Oh, Dark Souls-Ritter. Natürlich mit zwei verschiedenen Schwächen. Licht- und Dunkelheitsschwäche. Keine Windschwäche, kann man versprechen. Natürlich nicht. Okay, nochmal Licht. Nein, ach, falscher Knopf. Oh, wie dumm. Ich bin verdrückt. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Wait. Bist du nicht Licht? Bist du nicht Licht? Okay. Der Dunkle war Licht. Okay, das war logisch. Aber du? Was bist du denn? Bist du? Schwach bist du. Und das ist das. Okay, das ist ein Kackraum. Gott, was ist denn das für ein Dungeon hier? Ja, Geld. Oh, Liebe des Lebens immer her damit. Oh, nice. Hey, wir haben sogar normale Gegner hier. Ihr seid schwach gegen Blitz. Nice. Okay. Aber ich bin zu stark für diesen Dungeon. Weil man in diesem Spiel hart überlevelt. Müsse ich. Weil Katzen OP sind. Das ist ein Map-Teleporter. Und sind bestimmt noch Kisten. Ach, egal. Ich finde diese Kerzen-Tast-Krüge immer sehr weird, die hier stehen. Das sieht immer aus, ob man die aufnehmen könnte. Wait, 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 Moment. Komm ich nach runter? Links die Treppe? Nein. Rechts muss die Treppe sein, weil links unten weiter. Warum mache ich Axt? Ist egal, aber Axt am meisten der Mensch macht. Kleriker. Kleriker. Unimissens. Easy Game. Das ist ja ein paar Fall. Die sind schwach. Eigentlich lohnt es sich das nicht, sie zu fangen. Damit man nicht mal wieder Monster rufen kann. Aha. 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 Diese Blitzamulette holen sie nämlich tatsächlich gerne mit. Die werden beim Erzmagier später nämlich verdammt viel Gold wert sein. Das sieht nach Eis aus. Ja, okay. Mein Turn. Ich bin mit der Händler-Situation bei Orion immer noch nicht glücklich, ne? Das ist die einzige Klasse, die Halbwechsel macht bei ihm. Oh, es ist ein Sicherheitspunkt. Das ist also die Tür, die Barheim erwähnte. Ganz offensichtlich keine gewöhnliche Tür. Aber dieser Kristallschlüssel sollte helfen. Wo ist er denn? Ähm... Schon alles? Nee, wie viel ganz... Was ist wie viel ganz bei heute? Führt einen nicht elementar gewährt dollargemäß zugefügend Schaden? Kann geil sein. So ein bisschen Money kann man da bestimmt rausziehen. The ruby Dragonstone. One down, two to go. That's far enough, thief. Good talk. You must be Orlik. I assume you heard the rumors and came to steal my Dragonstone. But filthy thieves such as yourself could not appreciate its true value. Wait. Barheim put you up to this, didn't he? That nagging, patronizing coward, Barheim. Casting hobbits. This research is pointless, Orlik. Enough with the Dragonstone, Orlik. I'll decide when enough is enough. Mark my words, boy. This stone is mine. And you will never have it. I beg to differ. I couldn't care less about its true value. But I need to get that stone back to its rightful owner. And that's not you. This stone should be in the hands of someone intelligent. Someone who can appreciate its mysteries. Someone like yourself? And I'm the only one who can do it. It sounds like you can't trust anyone else to get the job done. Why should I? I never said you should. I know how it feels. Don't pretend you understand. Enough with this thoughtless, Prattle. I have work to do. Let's get this over with. So sieht er auch aus. An interesting dilemma. Was ist eigentlich Alice jetzt hier in letzter Zeit mit dem abgesperrten Spich? Soll der Bullshit. It's my turn now. Take this. What? The winds of fortune power. Got him. Let in the hunt. A torta canera. Süß. Süß. So. Lass mal deine Schwäche fallen hier. Also dein Schild. Dankeschön. Jetzt können wir darüber reden, dich mal voll zu zerstören. Oh, thank you, Mike. Letting my arrow fly in truth. Süß. Magst du vielleicht Dolchen? Okay, Dolchen magst du. Dann magst du vielleicht Speere auch nicht. Aber ich bin der Axt. Okay. Ich werde nicht verletzt werden. Oh, schade, Licht. Letting the hunt beginn. Ich werde meinen Backup machen. Oh, schade, Licht. Ihr müsst das auf dem Tisch stehen ge-Discord. Hey. Kam er nur drei Stunden zu spät. Magst du das hier? Okay, dann sind es Schwere. Mag das immer nicht, wenn jemand in der gerade so eine Dreieck-PP hat. Was schluss bei Discord. Weiß nicht. Letting the hunt beginn. Komm in. Oh, wo kommt der denn her? Oh, wo kommt der hunt beginn. Oh, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Tryin' this. Okay. Okay. Er treien, siehst du. Krieg ich leider nicht nochmal? Krieg ich den noch? Ich glaube, ich kriege den noch down. Also, gebrochen. Er haut der komische Ritter zu. Er haut der komische Ritter zu. Dann macht er schon mal nix. Oh, ich will hier auch. Oh, Filiya kann auch hier auch nicht raushauen. Tschüss, Mann. So. Was mache ich mit dir? Kleiner. Wie doof, dass du übergeblieben bist. Ich bin mal Yolo. LBP mal 2. Okay. Kann ich nehmen. Ist schon mal schön. Dann gehe ich wieder auf die Axt. Das ist wichtig. Yolo. Scheiße. Scheiße. Hallo, Peter. Danke für den Versuchsspiel. Über hier, über hier. Leute. Scheiße. Das war's. Blöd. Der Ritter hier ist krasser als der Boss. So. Thou didst fight with courage. Bested by a thief. How disgraceful. Oh boy, schon ein Uhr? In welcher Zeitzone lebst du, Tufan? Also hier ist Null. Du hast meine Gratitude. Er ist einfach aufholt, seine Halte der Deal, m'lady. Er hat keinen solchen Dank. Ich denke, er hat noch die zwei Stöhne zurückgebracht. Ich glaube, er hat die Veränderung von der Band gewonnen. Stopp und think about what you're saying. Ich bitte Ihren Entschuldigung? Du kannst nicht garantieren, dass ich meine Promise veränderung, wenn du das jetzt entfernt hast. Ich glaube, du würdest. Und warum ist das? Du möchtest mich nicht als jemand, der die Verantwortung verabschiedet würde. Und du möchtest mich als jemand, der zu viel Vertrauen in die Menschen ist. Geh es von mir, egal wie viel du jemanden trustest, sie werden dich betrachten. So, mach dich ein favor, und schau dir die Stöhne hoch, bevor du dich verletzt hast. Mr. Therion! Bitte, m'lady, das ist genug. Obwohl ich gar nicht zu sagen, er ist richtig. Es ist besser, nicht die Band zu entfernen. Es ist nicht so groß die Stöhne. Es ist nicht so groß die Stöhne. Die Stöhne ist nicht so groß die Stöhne. Die Stöhne ist nicht so groß die Stöhne. Wie weiß er nicht so groß die Stöhne? Nur die Stöhne mit dem Geschäft wissen muss. Ich wusste, dass er kein normaler Butler ist. Der Emerald Dragonstone ist da. Oder so meine Stöhne sagen. Ich werde auf meinem Weg gehen, dann. Good luck out there, Mr. Therion. Du musst mich wiedersehen. Es ist eine Waste der Zeit für uns beide. Aber... Aber... Farewell. Bitte, nicht sich nicht mit ihm, Miss Ravis. Auch dieser Mann hat Dignität. Dignität? Die Stöhne ist nicht so groß die Stöhne. Die Stöhne ist nicht so groß. 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 Die Stöhne ist oft in den Stöhnen. Aber wir benutzen sie gegen ihn. Und ich kann so groß sein, dass er grundsätzlich großartig ist, wenn er Interessiert und vorbekommen ist, von den Menschen, die er den Stöhnen hat. Sie haben ihn nicht so groß. Ich glaube, er ist ein Mann mit viel Freude. M'lady? Meine Entschuldigung, Heapcoat, aber ich kann nicht helfen, zu denken, dass der schlussische Blick auf seinem Gesicht erinnert. Es erinnert mich von mir, dann. Ist das so? Ja, seine Worte haben vielleicht hart, aber ich konnte wissen, dass seine wahrsten Gefühle anders waren. Er kennt sie nicht. Das ist also ein Drachenstein und er ist wunderschön. Ich hätte nie gedacht, dass hier religiösen Typen viel auf Edelsteine steht. Der materiale Wert interessiert mich nicht. Wenn ihr das meint, aber ich spüre eine eigenartige Macht in diesen Steinen. Das muss ich so stehen lassen. Auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall ist das nicht schlecht, wenn jemand wie ihr sich für schöne Edelsteine interessiert. Aus welchem Grund auch immer. Was meint ihr denn damit? Ich meine, die meisten Mädchen eures Alters tragen doch gerne Broschen und Armreife, oder? Und wenn ihr mich fragt, gibt es keinen besseren Platz für Edelsteine als das Handgelenk einer hübschen jungen Dame, wie ihr es eine seid? Also, ihr wollt mich wohl aufziehen, was? Nun, ich denke, dieses Gespräch ist jetzt vorbei. Ach. Er wollte sich Ophelia klar machen. Knall hat er wohl. Ähm, so. Ich will da Sachen verkaufen. Ein Stückchen Seil. Langene Stiefel. So viel Stuff zum Verkaufen. Jetzt müssen wir nach Quell bohren. Genauso wie... Olberic. Das ist doch schon mal schön. Können wir jetzt Hanib machen? Oder Elfin? Ich will Elfin nicht machen. Und dann haben wir alle Kapitel 2 ja durch. Achso, wo ich da gerade bin. Ich will einmal da unten langlaufen. Ich gucke die Jägerin oder irgendein Apotheker. So. Wir müssen dann links... Oh wait, das ist hier so... Warte mal. Nach Erzquell. Im Erzquell war ich noch nicht, oder? Nein, dann will ich nach Erzquell. Hast du eigentlich Interesse an MapleStory 2? Nein, MapleStory habe ich nie gespielt. Also muss ich auch zugeben, dass ich daran kein Interesse habe. Also ich habe keinerlei Vergangenheit mit MapleStory. Deswegen bin ich da voll raus. Und ich glaube, dass man muss eine Vergangenheit mit MapleStory haben und diese Spitzen mögen. So haben die alle keine Magieschwäche. Ist das so mit denen kaputt? Niemand wird auf die Kuss. Oh come on. Ein Hit hat gefehlt. Ach come on. Au, au. Bitte sag mal, dass Zero nicht voll war. Niemand wird auf die Kuss. Gah! Scheiße, ist ein Sieg gestorben und Sieg ist tot, ey. Kack. Egal, das Level-Up hätte er eh nicht bekommen. Sehr gut. Ach. Stimmt, glaube ich. Ohne Maple 1 können wir Teil 2, glaube ich, nichts. Ja, weil, 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 weil das ist halt so ein... Ich glaube, die Leute feiern es halt ab, weil halt eine Erinnerung. Und habe ich nicht dran. Wenn wir da hochgehen, ist was. Da ist eine Kiste. Oh. Aber das sieht aus, als ob die eine Magieschwäche hätten. Das ist schon mal sehr angenehm. Schade. Oh, nö. Out of my way. Dann war alles mal durch. Okay. Keine Windschwäche, habe ich verstanden. Blitzschwäche. Gott sei Dank. Oh, nur die hinteren beiden, okay. Aber ihr werdet alle eine Bogenschwäche haben, weil ihr seid fliegende Gegner. Nein, weil ihr selbst einen Bogen habt. Okay, ergibt Sinn. Was nächstes? Was? Was? Mein Turn. Was? Ne, Feuer nicht. Nice. Ne, ich glaube, der vorne hat gar keine Magieschwäche, der hat nur physische Schwächen. Ah. Soll ich? Okay. Ach, come on. Was hat denn der für eine Initiative? Das ist ja crazy. Das war total overused jetzt mit dem Boost. Aus. Out of my way. Axt. Lanze und Axt. Was ist mit diesem Vogel, Alter? Geht doch. Ich honor dich, mein Quarry. Was sind das hier für Gegner? Das ist ja voll anstrengend. Äh, warte mal. Ich bin wieder hochgekommen. So. Nichts ist ne... Ich weiß es nicht. Ach. Ach. Ach, hier splittet sich der Weg wieder. Ich hasse sowas. Er ist oben lang. Da ist ne Stadt. Okay, da gehen wir rein. Erzquell. Sehr gut. Wollte ich schon mal betreten. Today. Hey. Ich geh dann wieder. Tschüss. So. Jetzt hier lang? Da unten lang. Aber da gibt's noch ne Höhle. Ah, die Höhle kann ich auch später suchen. Hier gibt's nen Schrein. Hier gibt's nen Schrein. Hier gibt's nen Schrein. Hier gibt's nen Schrein. Es ist zum Schrein. Ich will zum Schrein. Wobei kann ich die Stadt betreten. Ab nach Stromfurt. Aber weißt du, dass es nen Schrein gibt? Weil ich es auf der Karte gesehen hab. Und rechts. Und rechts. Muss ich da nur hinfinden. Weil die sind meistens mit so verwinkelten Wegen. Relativ gut versteckt. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Ach come on. Hast du das? Nein! Oh, das ist jetzt ätzend. Das ist jetzt kacke. Wenn er sich jetzt halt auf den Sack kriegt, ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier. Ach, ich bin stumm. Also sind sie zu gut versteckt? Nein, die sind nicht zu gut versteckt. Was ist denn? Alter! Geh mir doch nicht auf die Eier mit deinem Nebel. Let's do this! Here. Schreine sind nicht sehr gut versteckt. Man muss nur auf die Karte achten. Auf der Overworld-Map sieht man die eigentlich auch relativ gut, wenn man weiß, wonach man gucken muss. Das geht schon. Gott sei Dank. Jetzt ist kein Bock hier zu verrecken. Und wenn ich das richtig sehe, gehe ich falsch. Okay. Obwohl, hier auf der Overworld sieht man ihn nicht. Könnte der... Aber ich... Nee, ich bin ja nicht hier. Ich bin hier. Der ist hier irgendwo versteckt. Hier sieht man den gar nicht. Fehlt mir überhaupt noch eine Klasse? Mir fehlt gar keine Klasse mehr, ne? Oder? Jäger habe ich, Tänzer habe ich, Kleriker habe ich. Lieb habe ich, Händler habe ich. Apotheker fehlt mir noch. So, wie komme ich zum Schreien? Hier lang. Okay, der ist doch nicht so gut versteckt. Okay, das sind sehr gute Gegner von einem Mund. Okay, Windschwach. Oh. Aber da der Dieb hier so viel Magieangriff hat, nämlich gar nichts. Geht das alles nichts? Ich habe überlegt, den Tanz zu machen. Aber der Tanz ist mir zu Risky. So, Pfeilagel. Hättest du den Frosch nicht noch einmal treffen können? Pfeilagel. Alter. Tausend ist nicht bad, ey. Wieso macht Sirion gerade grundsätzlich total wenig Damage? Aber guck mal, Ophiel, der macht glaube ich mehr. Warte. Da, was ist das? Ich weiß warum. Oh mein Gott, ich weiß warum. Moment, das muss ich eben fixen. Oh mein Gott. Deswegen macht er kein Damage. Er hat doch die provisorische Scheiße an, weil ich ihn doch vorhin... Oh mein Gott. Jetzt macht er auch Damage. Hey. was? Was? Äh... Tempo 10. Tempo 20. Tempo 50. Tempo 80. Tempo 80. Hat er an. Ich da noch das hier. So, jetzt macht Sirion noch wieder Damage. Schrein der Kriegsbringerin. Okay, das ist kein Apotheker-Schrein. Das ist ein Special-Schrein und ich habe mir bisher alle Special-Gegner angeguckt. Also schauen wir uns auch die Kriegsbringerin an. Vielleicht ist sie ja sexy. Ich habe auf jeden Fall nicht Level 50. Also ich bin kurz vor Level 50. Sirion nicht, aber... Oder seid ihr einfach ne Kacke. Oh mein Gott, er macht Damage. Licht. Okay, gut. Licht und Blut. Leider nicht. Schade. Wohahahaha. Sirion, du kannst wieder Damage machen. Zwar immer noch nicht die Welt, aber hey. Die 3-Wertrechte. Warte. Warte. Mein Wann. Schade, schade, schade! Schade, schade! Ich bin nicht der Einzige, der nicht sieht, dass Kordas irgendwie nix über den Ganzen geschrieben hat in meinem Chat, oder? Jetzt. Oh. Nichts wird die Kordaschung. Genau, so, doch nicht wahnsinnig. Okay, gut. Du solltest vieler studiert haben. Schade. Oh, eine lila Boxkiste. Das ist immer schön. Jawohl, da ist nämlich immer das Geld drin. Da ist immer die Kohle drin. Reicht der Schrei? Dreh nicht. Hab Angst. Kriegsklinge. Krieg nach Aua. Dass wir 45度 der Schrei chipset, sowie ein Fe chooses und ihre ausgepaktmas Reese świat利ge so água. Oh. Das ist immer so. Das ist immer so. Vielen Dank. ÜberstETH. Dann wird ins Abland. Vielen Dank. https clutter.